Dann gehen wir doch zu Radovid. Müssen wir gleich mal überlegen, was wir ihm erzählen. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Was macht denn so ein komischer Vogel hier? Dies ist das Schiff seiner Majestät Radovid V., König von Redanien. Nenne dein Begehr. Ich will den König sehen. Es geht um Philippa Eilhardt. Wenn das so ist, komm mit. Aber keine plötzlichen Bewegungen. Ich hab dich im Auge. Okay. Tut das nicht weh? Hexa, hast du Fortschritte gemacht? Hast du Eilhardt gefunden? Sie hat sich auf jeden Fall dort versteckt, wo eure Männer sagten. Aber ich war zu spät. Glücklicherweise oder nicht, kann ich nicht sagen. Im Versteck hat es gebrannt. Wahrscheinlich ist Philippa in den Flammen gestorben. Ein passendes Ende für eine Hexe. Und? Hast du Beweise? Nein, aber ihr habt mein Wort. Haha, dein Wort. Du gibst mir dein Wort? Tut mir leid. Aber Eilhardt selbst hat mich gelehrt, niemandem zu trauen. Besonders nicht seinem Wort. Es ist alles gesagt. Lebe wohl. Hm. Mama, wo bist du? Hm. Schatz suchen. Ich denke, es macht auf jeden Fall Sinn, dass wir uns vielleicht dran setzen, die Katzenrüstung zu verbessern. Ach so genau, Hafen von Ochsenfurt. Ach, Junge. Langweilig. Und da müssen wir wohl einige bekannte Orte. Wo können wir denn den Ort? Wieder aufsuchen. Ach, hier waren wir doch wegen dem Ding. Ja, hier waren wir schon mal. Ich erinnere mich ganz düster. Um das damals vergessen zu suchen. Lässt das ein anderes. Nein. Wo ist hier? Da. Doch, das kommt mir irgendwie so bekannt vor. Ich weiß normalerweise nicht mehr, was man hier machen musste. Das ist irgendwo eine Höhle. Der Höhleneingang ist unter uns. Momentan zeigt er mir ja noch nicht mal... Ich erinnere mich ganz düster. Oh. Ein kleines... Labyrinth. Ich weiß echt nicht, ob ich hier gerade richtig laufe. Wer wirklich richtig seht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Oder ich war ja doch schon. Hm. Hm 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 hm. Ich vermute ich muss da in den Raum, wo ich schon mal war. Wo ich aber gerade echt gar keine Ahnung hab, wie man da hinkam. Ist immer noch richtig gut, in so einer Aufnahme. Oh no. 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 Okay. Ich habe echt keine Ahnung, vor allem habe ich gerade das Gefühl, dass ich mir hier total verlaufe. Ich habe keine Ahnung, hier sind die Ahnung. Das Auge von Nehalini. Ich sollte es benutzen. Ich sollte es benutzen. Ich benötige einen Schlüssel. Ich kann damit aber nicht anderweitig interagieren. Spannend. Haben wir hier auch sowas? Spannend. 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 Feuersachter. Feuersachter. Was haben wir hier denn noch? War da gerade irgendwas? Nee. Spannend, spannend, spannend. 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 Was ist das? Du hast nicht den benötigten Schlüssel. Ja, das ist mir ja schon klar. Ich habe mich gerade kein Plan, was ich mache. Ja, das sagt er doch ganz eindeutig. Das ist irgendwie. Ja, das ist mir. Und sonst wüsste ich jetzt auch gerade nicht mehr, was ich hier noch untersuchen soll. Weil weiter geht die Höhle nicht. Hm. Da ist irgendwas runtergefallen. Ich muss das vielleicht alles ausmachen. Ah, das würde mich auch irgendwie extrem wundern. Okay. 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 Wir machen hier erstmal ein kleines Päuschen. Ich bedanke mich erstmal für eure Interessantsach. Bis zum nächsten Mal. Auf dann! Auf dann!